Hallo meine Lieben, willkommen zurück. Heute nochmal natürlich mit den Animationen CSS und ja, mit ein bisschen fortgeschritteneren Sachen. Wir hatten uns letztes Mal eine sehr einfache Animation gebaut, die so aussieht. Das heißt, sie geht erstmal ins Große, dann wird sie kleiner und dann hört sie irgendwann wieder auf. So, und jetzt kann ich natürlich hier drauf basierend noch sehr viel mehr einstellen. Ja, wir haben jetzt hier zum Beispiel, also ich mache jetzt mal hier wirklich eine sehr, sehr einfache Animation, die bei 100% eben, nein, bei 100% wollen wir das hier haben. Und wir starten das Ganze bei 0% mit einer Breite von 200 Pixeln und Backgroundfarbe Dark Red. So, und das sieht dann so aus und das Ganze geht natürlich langsam in das Schwarze über. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze hier so einstellen, wie ihr das wollt. Und wenn ihr am Ende mit den 100% nicht die Ursprungswerte erreicht habt, also die Breite von 100 und die Hintergrundfarbe schwarz, dann wird eben gesprungen. Das kann ich vielleicht ganz kurz hier zeigen, damit wir da auch auf einem Stand sind. So, es wird jetzt natürlich immer roter, roter, roter und irgendwann haben wir das normale Rot und plopp, wird es schwarz. So, also das ist nicht unbedingt das, was wir wollen, deswegen haben wir hier schwarz eingetragen. So, jetzt kann ich natürlich hier eine Art Verzögerung einbauen. Das heißt, ich kann meine Animation verzögern. Okay, das ist relativ langweilig in dem Sinne, dass wir hier einfach quasi die Sekunden eintragen, also zum Beispiel zwei Sekunden. Dann ist eben hier zwei Sekunden lang wird dann erstmal nichts gemacht. Eins, zwei und dann wird langsam angefangen, die Animation abzuspielen. Hier auch wieder wichtig. Wir haben gesehen, das Ganze hat bei schwarz angefangen. Das heißt, so wie es hier definiert ist, so wird es geladen und dann wird zwei Sekunden pausiert und dann wird das Ganze hier sofort auf diesen Wert gesetzt und dann eben, ja, wird die Animation abgespielt. Das bedeutet, in diesem Fall bräuchten wir am besten hier noch sowas, dass wir hier quasi wirklich die 0% und die 50 oder die 100% quasi rein smoothen, ja, oder rein animieren sozusagen. Ansonsten sieht das nicht aus wie eine Animation. So sieht es aus wie eine Animation, so verbindet sich irgendwas, ohne dass wir wirklich einen harten Schnitt sehen. Das heißt, hier ist es wirklich wichtig, dass wir diese Werte sozusagen bewegen. Also so als kleiner Tipp. Übrigens, ähm, hier sind auch negative Werte erlaubt. Das heißt, wenn ich jetzt hier minus zwei Sekunden mache, ja, was passiert dann wohl, wenn ich die Seite lade? Dann sieht es halt so aus, als hätte die Animation schon zwei Sekunden gedauert. Das geht durchaus auch, macht vor allem Sinn, wenn wir hier irgendwie zum Beispiel große Sachen haben oder Sachen, die sowieso ineinander übergeblendet werden können, womit wir, tada, zu meinem nächsten Punkt kommen. So, ihr könnt selbstverständlich auch einstellen, wie häufig eine Animation dauern, ähm, also wie häufig eine Animation abgespielt werden soll. Und ihr seht hier auch, es gibt auch Infinite. Infinite bedeutet einfach unendlich, das heißt, die Animation wird einfach dauerhaft abgespielt. Es tut mir sehr leid. So, ähm, das heißt, wir warten erstmal zwei Sekunden, dann spielt sich die Animation ab. Sie spielt sich wieder zurück ab und sie spielt sich direkt nochmal ab. Und, auch wichtig hier, natürlich ist jetzt hier diese zwei Sekunden Wartezeit nicht mehr dabei. Das ist sozusagen eine Wartezeit, bevor die Webseite fertig geladen hat, so kann man sich das vorstellen, aber eben nur einmal. Wenn ich hier die Animation mehrfach abspiele, dann interessiert mich diese Wartezeit hier nicht mehr. Wenn ich eine Wartezeit haben möchte, kann ich die aber auch in meine Keyframes einbauen, indem ich hier zum Beispiel dann sieben Sekunden, oder machen wir es uns einfacher, machen wir zehn Sekunden draus. Und wir sagen hier, okay, wir haben eine Wartezeit zum Beispiel von 0 bis 20%. Dann haben wir zwei Sekunden Wartezeit. Sehen wir dann so, also erstmal kommen die normalen zwei Sekunden, eins, zwei, und dann fängt das Ganze an, so abzuspielen. Und, nachdem die Animation fertig gelaufen ist, sehen wir hier, jetzt erreichen wir den Zustand 20%. Jetzt warten wir, bis wir bei 0% sind, dann wieder bei 20%, äh, beziehungsweise wir landen bei den 100%, spielen dann wieder von vorne ab, die 0%, dann warten wir, bis wir bei den 20% sind. Und dann spielen wir natürlich das Ganze auch wieder ab. Das heißt, so kann man eine Animation sozusagen auch pausieren, wenn man das möchte, indem man hier einfach die Werte bei 0 und bei 20% eingibt, sodass sie quasi pausiert sind. So, ähm, kleiner Trick hierbei. Okay, 20%, machen wir das hier mal raus. Und wir speichern das Ganze. Und wir müssen ein bisschen warten. So, einmal abspielen lassen, kurz. Und es geht wieder zurück. Wenn wir bei 100% sind, fängt es wieder bei 0% an. Und 1, 2, ungefähr 2 Sekunden Wartezeit. Das heißt, wenn ihr hier wirklich dasselbe habt, könnt ihr hier auch einfach die 0% und die 20% zusammenfassen. Funktioniert übrigens auch, wenn ihr hier noch 100% reinpacken wollt. Das geht genauso. Ähm, hier einfach zu sagen, 0%, äh, 100% und dann speichern. So haben wir quasi alle Werte, die gleich sind, zusammengefasst. Das heißt, wir können hier einfach das Ganze mit den, ähm, mit den Werten hier oben angeben, falls ihr einen Wert mehrfach habt. Ist ein bisschen platzsparender und kann durchaus auch angenehm sein. Und so kann man recht schnell sehen, dass wir hier, ähm, eigentlich auch den, den Übergang aussmoven. So als, als kleine Schreiberleichterung. So, ähm, selbstverständlich können wir hier bei der Animation Iteration Count statt Infinite auch einfach, ähm, 42 Mal reinschreiben oder einfach zweimal reinschreiben. Dann spielt sich halt die Animation natürlich logischerweise genau zweimal ab. Dementsprechend, ähm, muss man jetzt hier nicht darauf warten, dass es irgendwie sich unendlich oft abspielt. Also wir sind jetzt bei einem Mal. Und das zweite Mal, ich hätte es vielleicht ein bisschen schneller machen können. So, aber jetzt warten wir noch ganz kurz diese 5 Sekunden ab, die das jetzt hier noch dauert. Und das zweite Mal. So, und jetzt spielt es sich nicht nochmal neu ab. Weil, wie gesagt, die zweimal sind hier um. Das heißt, CSS zählt da für euch mit. Und fängt jetzt auch nicht an, das Ganze neu zu animieren. Wenn die Webseite neu geladen wird, dann natürlich schon. Ist klar. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwas ändere, dann lädt sich das Ding bei mir automatisch neu. Aber ich lasse jetzt hier auf jeden Fall mal Infinite drin. So, jetzt wäre es ja cool, wenn wir die Möglichkeit hätten, hier zu sagen, eigentlich wollen wir vielleicht bei 0 und 20% hier sein, aber wir wollen bei 100% eigentlich bei dem Roten landen. Das Problem ist natürlich, das kennen wir ja schon, dass wir hier eben dann irgendwann, naja, ähm, den Sprung haben. Ich zeige es euch, wenn das Ding fertig gewachsen ist. Das dauert jetzt alles ein bisschen länger. Wie gesagt, das ist im Endeffekt ja nur die halbe Animation. Bam. Und da springt das hart wieder zurück. Das wollen wir ja eigentlich vermeiden. So, ich setze das mal runter hier. Und, ähm, deswegen gibt es auch verschiedene Modi, wie das Ganze laufen kann. Und das heißt, ähm, die sogenannte Animation, ähm, Direction. Wo ist die da unten? Die Animation Direction. Sagen wir jetzt einfach mal, das Ding ist standardmäßig normal. Ja, das ist das, was wir haben. Wir können das auch reversen. Ich zeige euch das mal. Boom. Da springt es auf Rot und dann wächst es eben in die andere Richtung. Also sozusagen eine Animation, die sich rückwärts abspielt. Ist jetzt nicht besonders sinnvoll. Ich hätte auch einfach die Werte hier vertauschen können. Aber, besonders sinnvoll wird es dann, wenn wir die beiden Werte ineinander überblenden wollen. Das heißt, wir spielen erst vorwärts ab, dann zurück, dann wieder vorwärts, dann wieder zurück. Und das nennt sich Alternate. Das heißt, erst wird normal abgespielt. Das ist jetzt der Fall. Und dann wird Reverse abgespielt. Das ist quasi der Rückwärtsfall. So, und quasi das Ganze zieht sich wieder zusammen. Und jetzt wird wieder vorwärts abgespielt. Das geht natürlich auch andersrum. Ich kann auch mit Rückwärts starten. Das wäre dann Alternate, Reverse. Dann springt es einmal natürlich, weil wir hier einmal bei Rot anfangen und dann wieder uns kleiner machen. Und, ja, in unserem Fall macht natürlich hier Alternate ohne Reverse sehr viel Sinn, beziehungsweise den meisten Sinn. Aber, ja, muss man natürlich kennen, dass es hier auch diese Direction gibt. So, jetzt warten wir kurz, bis es fertig ist. Und, genau. Im Übrigen, da das das letzte Mal vielleicht nicht ganz so deutlich wurde, ihr könnt natürlich hier alle CSS-Eigenschaften animieren, die irgendwie mit Farben, Punkten oder sonst irgendwas zusammenhängen, ja. Das heißt, ihr könnt hier sehr, sehr, sehr viel animieren. Das macht dann CSS eben für euch. Probiert es am besten mal aus. Aber die allermeisten Sachen funktionieren hier. So, wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit mich unklar ausdrücken würde, dann wäre das vielleicht besser. Aber wir starten jetzt mal noch den, nicht den letzten, einen der letzten Punkte. Wir wollen uns nämlich auch noch mit dem Animation, mit der Animation Timing Function, die wird mir hier nicht mal angezeigt. Animation Timing Function. So, hier habt ihr die Möglichkeit zwischen sechs oder sogar noch mehr verschiedenen Varianten zu wählen, was ihr eigentlich als, ja, als Kurve sozusagen haben wollt. Das heißt, aktuell sieht das Ganze so aus. Es wächst gleichförmig, ja. Beziehungsweise, nein, eigentlich wächst es überhaupt nicht gleichförmig. Wenn es gleichförmig wachsen würde, wäre das linear. So sieht das Ganze dann linear aus. Und so, also die ganze Zeit läuft das wirklich alles exakt gleich ab. Die wachsen gleich und wachsen oder schrumpfen wieder gleich. Das ist nicht der Default, weil für den Menschen ist es angenehmer, das Ganze mit Ease zu sehen. Ease bedeutet, das ist wirklich jetzt der Default, es fängt langsamer an, wird dann schneller und wird dann wieder langsamer. Das seht ihr hier. Also jetzt ist langsam, schnell, 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 langsamer. So, das ist im Endeffekt Ease. Dann gibt es natürlich noch die beiden Varianten Ease In und Ease Out und Ease In Out. Das heißt, Ease In sieht so aus. Also langsam anfangen und schnell ans Ende kommen. Und natürlich dann auch schnell wieder zurück, weil wir spielen das Ganze ja dann auch wieder schnell rückwärts ab. Und Ease In hört dann hier hinten quasi auch wieder auf. Ease Out ist die andere Richtung. Das heißt, wir starten schnell. So, sehen wir hier. Und dann werden wir langsam gegen das Ende hin. Und genau, Ease In Out ist im Endeffekt, ähm, ja, ist im Endeffekt eigentlich, glaube ich, fast dasselbe wie das Ease, also das normale Ease, das da. Jetzt gibt es allerdings auch noch die kubischen Bezier-Kurven. Und da könnt ihr das alles selbst noch definieren. Denn eine kubische Bezier-Kurve hat drei, äh, vier Parameter. Und zwar X1, Y1, X2 und Y2. Das sieht jetzt hier ein bisschen kryptisch aus. Ähm, das heißt, wir können jetzt Werte eintragen, sowas wie, ähm, also eigentlich besteht eine kubische Bezier-Kurve aus vier Punkten, ja. Aber Punkt Null und Punkt Drei, also quasi Anfang und Ende, sind festgegeben durch Anfang und Ende, ja. Also Punkt Null ist immer an Null, Punkt I, äh, Punkt Drei ist immer an Eins und ihr könnt quasi die beiden Zwischenpunkte hier definieren. Einmal durch den X-Wert und einmal durch den Y-Wert. Ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, okay, mach doch mal bitte an, an 0,1, ähm, das Ganze ein bisschen, na komm, das Ganze ein bisschen schneller. Machen wir mal hier 0,8. So, ich kann jetzt aber auch hier sagen, bei 0,5 möchte ich plötzlich wieder bei 0,1 sein, sowas in die Richtung. Das sieht dann so aus, wir gehen sehr schnell hoch und dann wird es plötzlich sehr, sehr, sehr langsam und bei 1,0 gehen wir halt wieder aufs Normale, also wie es quasi definiert wurde. So, das heißt, wir haben jetzt hier immer bei, bei 10% haben wir eine Stelle, die richtig, richtig schnell geht und der Rest, naja, relativ langsam. Und so kann man das sich natürlich einstellen, das heißt, das hier definiert, wo auf der Kurve, also jetzt 10%, 0,1 ist 10%, da soll es bitte bei 0,8, also sehr schnell sein, 1,0 wäre maximal hier, während bei 0,5 soll es, also nach 50% der Strecke, soll es bitte bei 0,1 sein und das ist ungefähr hier, da ist es wirklich sehr, sehr langsam. Das kann ich natürlich auch so umdrehen, wie ich das möchte, ich kann auch hier bei 0,9 sein, das heißt, wir gehen erst hier ganz schnell hoch und dann noch schneller und dann gehen wir erst wieder langsam in Richtung Ende hin. Also das könnt ihr euch so einstellen, wie ihr das wollt. So, jetzt machen wir vielleicht was, was so ungefähr normal aussieht. Ich persönlich finde aber, dass eine grundsätzliche Ease-Funktion hier vielleicht das angenehmste auch für die Augen ist und auch am angenehmsten zum Ansehen ist. Okay. So, jetzt möchte ich mit euch noch den letzten Punkt für Animationen durchgehen und dann haben wir es eigentlich auch schon. Und zwar, wenn ihr jetzt hier die Breite animiert, sagen wir einfach mal, wir starten mit 500, okay? Und wir haben als Start, nee, lassen wir das doch einfach erstmal so und ändern das hier unten. Also wir haben als Breite 500 und als Farbe haben wir Blue. Ups, jetzt haben wir natürlich wieder harte Cuts und wir wechseln quasi hin und her. Und auch wenn wir am Ende sind, dann fahren wir quasi wieder zurück und, ja gut, dadurch, dass wir jetzt Infinite machen, passiert hier nicht viel. Wenn wir das jetzt aber nur einmal kurz abspielen wollen, machen wir das mal so. So, also blau wird langsam zu rot und dann blinkt das Ganze einfach zu schwarz. Ihr kennt das Problem, ja? Vor allem, wenn ich hier jetzt 5 Sekunden Delay mache, dann haben wir noch den anderen Sprung drin, nämlich auf blau rein. Also, so, genau. Okay, also was wir jetzt dagegen gemacht haben, war bisher immer dieselben Start- und Endwerte zu machen. Das kann gut funktionieren, kann aber auch mal schwierig werden, weil ihr vielleicht gar nicht wisst, wie ein Element aussieht. Im besten Fall wisst ihr, wie es aussieht, aber manchmal kann es auch einfach einfacher sein, wenn man sagt, okay, bitte behalt doch diese ganzen Werte, behalt doch einfach das, was du hattest. Und das können wir mit dem Animation Fill Mode machen. Der Animation Fill Mode sieht folgendermaßen aus. Es gibt einmal den Forwards Mode. Ich zeige euch das mal. So, wir starten mit schwarz und blinken hin zu blau und dann geht das Ganze wieder zurück. Ich hätte die Animations vielleicht ein bisschen kleiner stellen können. Und dann behält es einfach das, was am Ende bei rauskommt. Das heißt, es wird einfach festgehalten. Es blinkt nicht mehr zurück zu schwarz, sondern es bleibt einfach so. Ihr könnt das einstellen. Wie gesagt, der Standardwert ist None. Der heißt einfach, okay, nein, es blinkt einfach zu dem, was hier angegeben ist. Während der Animation kann es aber was anderes sein, was da drin ist. So, der zweite Wert wäre Backwards. Backwards. So, und da blinken wir eben nicht zu blau, sondern wir starten einfach direkt bei blau. Gehen dann über in das Rot. Gehen über in das Rot. Und blinken dann natürlich zu schwarz, weil wir haben ja Forwards nicht mehr drin. So, und in unserem speziellen Fall, weil wir natürlich beides hier brauchen, damit ich euch beides zeigen kann, können wir hier auch ein Both einstellen. Das heißt, hier einfach Both einzustellen, bedeutet, wir starten mit blau. Wir warten aber trotzdem die fünf Sekunden. Das bleibt alles bestehen. Alles kein Problem. Dann gehen wir über in unser Rot. Und wir bleiben bei dem Rot. Genau, und damit könnt ihr jetzt eigentlich alles an Animationen bauen. Und ich denke zumindest alles, mehr oder weniger alles, was wir hier brauchen. Wir hatten ja noch Before und After und so weiter kennengelernt. Damit kann man auch viel zusammenbasteln. Aber hauptsächlich werden für Animationen eigentlich diese Keyframes hier verwendet. Alles klar, in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.